Hermann Eberhard Wildermuth war ein deutscher Politiker. Von 1949 bis zu seinem Tode war er Bundesminister für Wohnungsbau. Er ist ein Enkel der schwäbischen Schriftstellerin Ottilie Wildermuth. Ausbildung und Beruf Nach dem Abitur 1908 absolvierte er von 1909 bis 1914 ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Tübingen, Leipzig und Berlin. In Tübingen war er Mitglied der den süddeutschen Liberalismus prägenden Tübinger Studentenverbindung Akademische Gesellschaft Stuttgartier. Hier traf er spätere politische Weggefährten wie Reinhold Mayer, Karl Georg Pfleiderer, Konrad Witwer und Wolfgang Hausmann. 1921 schließlich bestand er die große juristische Staatsprüfung. Er war dann bei der Stadt Stuttgart. Bei der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in Berlin und schließlich im Reichsministerium für Arbeit als Oberregierungsrat tätig. Seit 1928 war er Direktor der Deutschen Bau- und Bodenbank und zusätzlich seit 1930 Vorstandsmitglied, später Präsident der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten. Militärzeiten Wildermut diente 1908-09 als einjährig Freiwilliger im 1. Württembergischen Grenadierregiment. Er nahm als Offizier dieses Regiments von 1914 bis 1918 am Ersten Weltkrieg teil und wurde an West- und Ostfront sowie in Italien eingesetzt. Von 1919 bis 1921 war er Befehlshaber eines Studentenbataillons und von Sicherheitskompanien in Tübingen zur Niederschlagung republikfeindlicher Aufstände Er wurde bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als Major der Reserve eingezogen und war beim Frankreich-Feldzugkommandeur des 2. Bataillons des Infanterieregiments 272. 1941-42 war er als Kommandeur des Infanterieregiments 737 in Serbien, wo er am 1. Dezember 1941 zum Oberstleutnant befördert wurde. Ab dem 1. Mai 1942 war er Kommandeur des Infanterieregiments 371 bei der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront. Am 1. Dezember 1942 erfolgte seine Beförderung zum Oberst der Reserve. Ein von Ernst Jünger auf dem Dache des Majestic. Mai 1943 HPTM Jünger U. Oberst Wildermut beschriftetes Foto zeigt den Schriftsteller zusammen mit W. Auf dem Dach eines Pariser Hotels mit dem Arc de Triomphe im Hintergrund. Kurz danach wurde W. Noch im gleichen Monat als Kommandeur des Infanterieregiments 578 in Italien eingesetzt. Ab dem 12. August 1944 dann als Festungskommandant von Le Havre in Frankreich. Am 12. September 1944 geriet er in alliierte Kriegsgefangenschaft und wurde ab dem 5. November 1944 im Offizierslager Trendpark in England interniert. Der britische Geheimdienst schätzte Wildermut als einen überzeugten Patrioten und tapferen Offizier ein, der dem NS-Regime vehement entgegentrete. Er sei bestrebt, junge Nationalsozialisten umzuerziehen. In einem abgehörten Gespräch in Trendpark sagte er, dass er sich im Mai 1944 Karl Friedrich Gördeler vom Widerstand gegenüber bereit erklärt habe, an einem Putsch gegen Hitler mitzuwirken. Partei 1918 war er Mitglied eines Soldatenrates und trat 1919 in die linksliberale DDP ein. Nach dem Krieg schloss er sich der DVP an. Von 1947 bis 1949 war er Mitglied des FDP-DVP-Landesvorstandes. Bereits 1948 war er in den FDP-Bundesvorstand gewählt worden. Dabei erhielt er neben Karl Hubert Schwennecke aus Berlin als einziger Kandidat alle 89 Delegierten Stimmen. Von Januar 1952 bis zu seinem Tode war er stellvertretender Bundesvorsitzender. Abgeordneter Von 1947 bis 1950 war er Mitglied des Landtages von Württemberg-Hohensollern und von 1949 bis zu seinem Tode auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Öffentliche Ämter 1946 wurde er zum Staatssekretär für Wirtschaft in der provisorischen Regierung von Württemberg-Hohensollern ernannt. Vom 22. Juli 1947 bis zum 20. September 1949 war er dann Staatsminister für Wirtschaft des Landes Württemberg-Hohensollern im Kabinett von Gebhardt Müller. Nach der Bundestagswahl 1949 wurde er am 20. September 1949 als Bundesminister für Wiederaufbau in die von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführte Bundesregierung berufen. Er gehört zu den wenigen Bundesministern, die im Amte verstorben sind. Wildermut war sich der Schwierigkeit seines Wirkens stets bewusst. Das Wirtschaftswunder hatte noch nicht begonnen, aber im zerstörten Westdeutschland fehlten mehrere Millionen Wohnungen für ausgebombte, Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Er entwarf daher das erste Wohnungsbaugesetz, durch dessen Wirkung bereits im Jahr des Inkrafttretens 370.000 Wohneinheiten fertiggestellt werden konnten. Insgesamt wurden in den acht Jahren bis 1957, in denen die besondere Förderung durch dieses Gesetz wirksam war, mehr als vier Millionen Wohnungen gebaut. Er war auch beim politischen Gegner hoch angesehen. Wildermut, der selbst in beiden Weltkriegen schwer verwundet worden war, unterstützte besonders den Bau von behindertengerechten Wohnungen für Schwerkriegsbeschädigte. Es gelang ihm, die Bundesländer dafür zu gewinnen, zu diesem Zweck mehrere Millionen DM zur Verfügung zu stellen. Ehrungen Während des Zweiten Weltkriegs wurde er u.a. am 15. August 1940 mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes und am 25. Dezember 1942 mit dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet. Nach Eberhard Wildermut sind verschiedene Straßen u.a. in Hamburg sowie in Kassel und Herne benannt. Die gemeinsame Kaserne des Grenzschutz- und Bahnpolizeiamtes Stuttgart unter 5. Bereitschaftspolizeiabteilung Böblingen in Böblingen wurde 1965 in Eberhard Wildermut Kaserne umbenannt. Sie war früher Sitz der Heimatschutzbrigade 17 der Bundeswehr. In Tübingen wurde die in den 1960er und 1970er Jahren entstandene Neubausiedlung auf dem Denzenberg-Eberhard-Wildermut-Siedlung genannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017